Hallo und guten Morgen. Heute steht eine längere Wanderung auf dem Programm, aber später dazu mehr. Bis gleich. Tschau. Nach einer kurzen Taxifahrt bin ich jetzt in Öludeniz angekommen. Das ist eine der schönsten Buchten hier in der Türkei, aber auch ziemlich überlaufen, muss man auch sagen. Öludeniz heißt, soviel ich weiß, noch totes Meer. Wenn es nicht richtig ist, kann man mich ja berichtigen. Ja, meine heutige Tour führt mich heute von dieser Bucht nach Kayakö zur Geisterstadt und zurück nach Fethiye. Das sind ungefähr, würde ich sagen, so 25, 27 Kilometer. Ja, dann drehe ich mal die Kamera. Dann seht ihr mal, von wo ich beginne. Das ist ein sehr schöner Ausblick. Das ist die Bucht von Öludeniz. Da zeige ich euch noch ein paar Bilder, die ich selber gemacht habe vor zehn Jahren aus ungefähr 1,5 Kilometer Höhe. Es ist wirklich wunderschön hier. Das Wetter ist heute auch gar nicht so toll. Was heißt toll? Ziemlich bewölkt. Ist auch da nicht so heiß. Es ist auch ganz gut. Naja, dann mache ich mich mal auf die Socken und dann sehen wir uns später. Ciao. Ja, noch was. Ich muss jetzt die ganze Bucht hier bis zum Ende entlang laufen. Das sind ungefähr, würde ich von hier sagen, so 2,5, 3 Kilometer. Und dann geht es da hinten diese Berge hoch auf die andere Seite zur Geisterstadt Kayakö. Also, kommt es einfach mit. Würde mich freuen. Bis gleich nochmal. Ciao. Musik Musik Andy Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Einen kurzen Blick auf den Teil von der Lagune. Jetzt habe ich schon eineinhalb Kilometer hinter mir. Und es geht jetzt dann irgendwo dort hinten über diesen Berg auf die andere Seite. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Super Blick auf die Bucht. Genial! Richtig schön! Und ganz dort hinten bin ich losgegangen. Ich markiere es mal mit einem Pfeil. Es sind schon über vier Kilometer. So schnell vergeht wieder die Zeit. Also hinter mir diesen Berg. Da muss ich noch rüber. Und dann kommt dann irgendwann die Geisterstadt Kayakö. Geisterstadt-Kende Untertitelung des ZDF, 2020 Ist das hier genial! Superschön! Auch wenn viele abgestorbene Bäume sind, es gibt schon skurrile Formationen und da jetzt mitten durchgehen. Sehr schön! Also bis hierher habe ich jetzt eineinhalb Stunden gebraucht und es waren jetzt ungefähr sechs Kilometer. Hier auf dem Handy sieht man jetzt, wo ich bin. Unten rechts dieser Kreis und bis zur Geisterstadt, ist auch nicht mehr so weit, sind dann oben diese eckigen Symbole. Einfach nur ein Traum. Genialer Weg. Wie sage ich immer, hat sich voll rentiert. Untertitelung. BR 2018 Lang darf es nicht mehr dauern, dann müsste ich eigentlich gleich über dem Berg sein, weil ich bin ja schon ziemlich weit oben, wie man gesehen hat. Bevor es weitergeht, gönne ich mir noch ein kaltes Bier und mache hier oben noch eine kleine Brotzeit bei der super, super schönen Aussicht. Solch ein Moment wie diesen hier mit diesem wunderschönen Ausblick, den vergisst man eigentlich nie. Der bleibt einem immer in Erinnerung. Wunderschön hier, genial. Auch wenn unten jetzt einige Touri-Boote sind, da wo die Musik laut spielt. Vielleicht hört man es ja. Aber es ist halt nur mal so. 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 ist auch schon da, wenn man es hört. Die ersten Gebäude von Kayakö sieht man schon. Hier, ich hoffe, man kann es erkennen, die Ruinen von Kayakö, die Geisterstadt, wo ehemals Griechen wohnten, die umgesiedelt wurden. Eine kleine Info noch zum Rand hinter mir, sieht man ja die Berge und irgendwo muss ich dann darüber Richtung Fethje. Ja, sind ungefähr noch, ich schätze schon noch bis zum Hotel 20 Kilometer und jetzt habe ich gerade sieben hinter mir. Da steht mir noch einiges bevor. Dort oben, wo die Fahne weht, da gehe ich dann noch hin. Das ist so eine Kapelle, so wie es ausschaut. Und dann mache ich mich dann schon noch langsam wieder auf den Rückweg, weil es ist jetzt schon genau halb zwei. So in etwa 200 Meter Luftlinie habe ich noch einen Turm gesehen. Da werde ich jetzt noch kurz hinlaufen und dann, wie gesagt, werde ich mich auf den Rückweg begeben. Das Wetter schaut ja auch nicht mehr so toll aus. Für heute habe ich genug gesehen, deswegen mache ich mich auf den Rückweg nach Fethje ins Hotel. Naja, ich habe da mehrere Möglichkeiten. Ich kann entweder bis zum Hotel laufen oder unten an der Geisterstadt am Eingang, da ist eine Bushaltestelle, könnte ich auch nach Fethje zurückfahren, mit einmal umsteigen und dann direkt vom Hotel fast aussteigen. Ja, das überlege ich mir noch. Entweder laufe ich oder fahre ich. Lasse ich auf mich zukommen, wie ich gerade Bock habe. Ganz im Hintergrund sieht man die Straße, die ich noch entlang laufen muss. Ich markiere es mal mit einem Pfeil. Schon noch ein ganz schöner Weg. Auf jeden Fall geht es wieder ziemlich bergauf. ich bin ein Ratschleuch. Ich mach das mit, was ich liebe dich. Kaya Kö habe ich jetzt hinter mir gelassen und bis zum Hotel sind es ungefähr 20 Kilometer. Filmen werde ich da jetzt nicht mehr viel, weil es geht nur noch an der Straße entlang. Einmal die Berge hoch, einmal runter. Ja, da steht mir noch einiges bevor. Wichtig ist aber, dass ich bis zum Abendessen pünktlich dort bin. Bis gleich. Ciao. Bis nach Fethi sind es noch vier Kilometer. Das hat es vorhin zu meinem Schild angezeigt. Und es geht dann doch noch teilweise der Weg durch den Wald. Ist auch viel schöner zum Laufen als auf der Straße. Dass man jetzt diesen Weg durch den Wald laufen kann, hat natürlich einen riesen Vorteil. Das kürzt den Weg ungemein ab und man muss nicht diese ganzen Kernen an der Straße laufen. Mit der Schönheit der Natur ist es jetzt vorbei. Jetzt geht es wirklich nur noch auf der Straße entlang. Jetzt geht es hinunter nach Fethi. Dann durch Fethi entdurch. Die Hafenpromenade entlang bis zum Hotel. Ja, wirklich super Wanderung gewesen. Ich bin wirklich froh, dass ich das heute noch gemacht habe. Am letzten schönen Tag, weil morgen und am Sonntag soll es gar nicht so gut sein. Also, bis zum nächsten Mal. Ich habe jetzt noch ungefähr 20 Minuten vor mir bis zum Hotel und möchte mich jetzt schon verabschieden. Ja, das war jetzt wirklich mein erstes türkisches Wandervideo mit richtig schöner Umgebung. Wirklich traumhaft war es. Ja, ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen wie mir. War echt super, aber war halt ein ziemlich langer Tag. Ja, dann wünsche ich euch alles Gute, Frieden, Freiheit, Gesundheit. Würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Gruß an die Welt. Bis demnächst. Ciao. Noch eine kleine Bemerkung am Rande. Ich bin wirklich rechtzeitig zum Abendessen im Hotel. Das ist natürlich sehr wichtig, sowas. Ich bin wirklich ganz gut gefallen. Ich bin wirklich ganz großartig. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020